Mit 417 Sachen auf der deutschen Autobahn. Der gelbe Porsche, jetzt rechts im Bild, sieht dagegen aus, als würde er stehen. Am Steuer der tschechische Milliardär Radim Passa, rasend glücklich in seinem Bugatti Chiron. Wir machen uns auf den Weg nach Prag, um als erstes deutsches Fernsehteam exklusiv mit dem neuen YouTube-Star zu drehen. Und dann nimmt er uns mit in die heilige Halle zu seinem Prachtstück. Der Bolide gilt als das schnellste Serienauto der Welt. Listenpreis zweieinhalb Millionen Euro. So, jetzt zeige ich Ihnen mal die Beschleunigung. Short acceleration.